An Weihnachten will jeder schön sein, deshalb ist da die perfekte Frisur wichtiger denn je. Mercedes der Friseur steht für den Look, der den individuellen Stil perfekt unterstreicht. Mercedes Torrejon und das von ihr professionell ausgebildete Team beraten sich vor Ort gerne zu ihrem persönlichen Typ und den aktuellsten Trends der Haarmode von Damen und Herren. Ergänzt wird das Schönheitsangebot bei Mercedes der Friseur durch individuelle und einzigartige Kosmetikbehandlungen sowie das hauseigene Nagelstudio inklusive Fußpflege. Viele weitere schöne Dinge gibt's unter Fehlt dir was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017